Nicht Blöcke abbauchen, noch nicht rumlaufen. Ich bau nix ab. Ich sag dir wir kommen in Nether, aber nicht weiter. Ich hab da so ein Gefühl im Bauch. Ich bin grad gar nicht eingespielt. Oh, so gut war ich noch nie. Ich dachte ich hab letztens mal diesen Gohle mit der Eisenpicke kaputtgeschlagen. Vergiss das Digga. Das war grad anders los von mir heute. Zwei Steinspitzacken gemacht. Warum hab ich... Ich lösche mich, okay? Bist du ready zum Portal zu laufen? Okay. Nein! Alter, ich hab den Creeper, ich hab den Creeper gerade noch als er explodiert ist weggehauen. Digga sind Husk Babys. Holy fuck! Komm, 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 bitte, bitte. Warte, 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 war das Skelett? Ja! Hat das Skelett dich grad weiter in die Luft geschleudert? Nö, 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 nein! Digga, also was ist denn mit dem Husk eigentlich los? Die Husks, ja! Nein, oh mein Gott. Ich bin grad aus Luck nicht gestorben. Hier gibt's auch noch Brutes, Digga. Ich wollte mit Endercrank letztens ja Minecraft auf der 1, 2, 5 durchspielen, weil das ist die erste Vision, wo man äh irgendwie Multiplayer machen kann, also wirklich ne... Warte einen Moment, who are you? Eigenen Server stellen, okay? Nein. Guck auf der... Pickling tut. Geil. Komm, komm, komm. Ist du ready? Ja, komm. Oh Gott, Digga, warte, gib mir mal nen Boost. Gib mir den Boost. Ah, ich darf nicht springen. Oh, ich hab vergessen den Counter zu starten. Egal, scheiß Gott, Digga. Ja, ich auch. Komm, ich starte einfach jetzt, dann ist mehr keiner. So vielgeweise starten wir grad im Spawn mit neiner Eisen-Pickaxe 5 Rot und mitten im Dorf. LOL. Mann oder Maus? Soll ich ins Wasser rein tun? Kann er stimmen. Nein, 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 geh nicht hoch. Geh nicht hoch. Bruder, 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 Bruder. Ich bin zu behindert. Ja, das ist die 0,0004% die ich weiß. Junge, hört doch auf, Mann! Du hast aus so'n Gold, du hast aus, du hast, was? Sprachen lernen. Babbel! Du hast einen Abfluss, boah, Alter, den Pro liegen gelassen. Da waren zwei Jahre, den anderen hat Nidox doch genommen. Oh. 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 Oh, ich war ein bisschen hektik, sorry. Hey, hey. Also, für dich. Na, da hab ich halt keinen Gabel. Wo, wo muss ich hin? Oh. Oh. Digga, fast ein Lava reingeflogen. Äh. Oh nein, ich hab noch gar keinen Helm. Halt's Maul. Ja, ich geb ihn dir. Ja, tot. Oh. 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 Es ist so dumm, ich hab geblockt. Ich bin weggepackt.